Hey, 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 willkommen bei Conan Exiles mit dem lieben Kampfläufen. Wir haben eine kurze Zeit noch Pause gemacht. Und, ja, sie sind alle wieder gespawnt. Kacka. Warte, ich versuch den auch zu ziehen. Ja, ich versuch den auch zu ziehen. Vielleicht stehen da diesmal zwei mit Helm, Salouf. Nicht mehr nur einer. Komm hier da hin, komm hier da hin. Komm hier da hin, komm hier da hin. Komm hier da hin, komm hier da hin. Der will nicht. Komm hier da hin, komm hier da hin. Der will nicht. Komm will da nicht. ist er denn von der seite reingezogen oder ist er denn von der anderen seite reingezogen ich habe einen schadenswert erhöhte belastung warum das denn? was ist denn das? ah hinter uns! oh oh jetzt werden wir nur ein kleines problem kriegen oh oh was? der betrachtet mich einfach! yeah er ist wieder drin! Glitcher das problem ist halt nur wir können nicht drüber springen warte mal ich versuche mal die beiden hier irgendwie abzulenken oder rauszuziehen hier wow ich bin drüber geglitcht ich bin über den drüber geglitcht ah ich bin unterwegs ich springe die ganze zeit irgendwie auf dem rum total komisch also wir sind keine hacker oder so sondern wir benutzen die bugs im spiel oder ich oder ich oder ich ich habe sie jetzt schon misfallen ok er ist wieder rausgeglitcht er ist wieder rausgeglitcht du bist gespawnt und in dem moment wo du gespawnt bist hat dich der eine mit seiner Axt einfach in zwei Hälften geschnitten und jetzt prügeln sie die ganze Zeit auf deine Leiche ein laufse du ich spawne ich spawne ich bin tot standbild weisst du ich spawne da hinten ich liege schon am Boden bevor ich überhaupt spawne ja eben das meine ich dir du bist halt gespawnt und in dem moment wo du gespawnt bist haben sie dich einfach in zwei Hälften geschnitten oh wie gerne hätte ich jetzt deine sich von der Aufnahme hält ich muss echt mal meine ganze Hardware ein bisschen updaten das war dann zusammen ich hab voll die lag ich bin gerade woanders ich bin gerade woanders langgegangen ich bin runtergefallen also nicht da wo nicht da wo wir wo wir ach du scheiße nicht da wo wir hergekommen sind sondern ähm direkt gegenüber in den Gang rein und hier ist nochmal ein Bossgegner mit dem Throne und einer Truhe Hilfe egal was du machst ich spawne ich spawne ja aber ich bin immer noch in dem Ding drin ich bin in der Schlucht gefangen ich bin in der Schlucht gefangen kannst du denn nicht rausklettern? ja sie sind zu weit vom Haus entfernt echt jetzt warte ich komme ein bisschen zurück und ich und ich muss mir jetzt überlegen wie ich zu dir jetzt komme so wie geil was du machst klettern schneller ja ja ich bin ja irgendwo oben ich bin jetzt bei der Schmiede oben ich bin jetzt bei der Schmiede oben wo bist du? aber da an der Seite ok dann lauf mal den Weg zurück dann lauf mal den Weg zurück wo wir hergekommen sind ich bin jetzt direkt in der Schmiede drinnen ok also steh jetzt quasi direkt an ach da gut weiter nicht fragen was uns da alles entgegenkommt einfach fragen egal ja einfach mal lauf und links lang bei mir war es so plötzlich hinter mir und das ist wieder vor mir wow der Spiel ist voll buggy ich bin jetzt in der Kammer mit dem Thron drinnen Jong廢 nie ich bin jetzt wie so eine spinnenharme wo bist du, zegö ich war Kollegah ich bleibs fnnd wie so eine spinnenharme ich hab seine Träue geflündert Nein, ich stehe oben. Hey Hanna, wo bist du? An welchen? Wenn du auf dem Thron sitzt, rechts. Ok, ich bin genau hinter dem Thron, ich stehe da. Ich bin am Bauchtanzen hier oben. So, ich glaube die ganzen Viecher sind jetzt alle abgehauen. Ich habe hier nur einen direkt neben mir zu stehen. Mal gucken, ob ich den einzelnen Trigger kriege und den hinter dem Thron gezogen kriege. Neben dem Thron stehen auch zwei. Hey Scheiße, habe ich nicht alle einen gekriegt. Hier oben bin ich. So, es geht nicht zu campen. Ja, ja. Fähl dir mal zu. So, asozial bin ich jetzt mal. Ja, asozial bin ich jetzt mal. Ist er, du? Ja. Ja. Bist du auf dem Thron? Guck mal auf dem Thron, Rob. Epic Move. Ich bin runtergerutscht. Hey Hanna. Hey Hanna. Ist er, du? Wir sind ja mittlerweile vier von den Viechern. Sag ich ja. Fernseher ist voll laut. Umso leiser mal. Ja, ganz ehrlich. Ich hoffe, ich werde mal das abhauen. Ich glaube, gegen vier haben wir jetzt nicht so wirklich eine Chance. Gehen wir mal links lang. Gucken, vielleicht finden wir da noch einen Raum. Bist du unten? Okay. Also ich bin ja sonst nicht so fürs Feige wegrennen. Ja, aber gegen vier... Ne. Wir haben gegen zwei schon Probleme. Wow. Was ist das da? Egal. Einfach rein. Geht nicht. Hier. Das ist bloß, das ist bloß einer. Ne, das sind bloß drei. Wo kommen die anderen jetzt auch immer her? Kiste. Und jetzt das Zeug drin. Ja, gut. Kiste. Da ist noch eine Kiste. Ja. Da ist wirklich viel besseres Zeug drin. Hier hinten ist auch noch eine Kiste. Ja. Ich laufe rum. Ja. Du darfst du einfach. Ich laufe. Ich laufe schon. Ja. Ich kann das Portal hochklettern. Gehen wir da aus? Ja. Mehr Gänge gibt's ja nicht. Haben wir mal ne cooler Forschungstool? Wieso... Wieso habe ich eigentlich permanent erhöhte Belastung hier? Ja. Die haben sich jetzt schon wieder ein paar Sachen aus. Alles klar! Ouuuut! Jetzt geht's schon wieder! Oh, nein! Ich bin jetzt ein bisschen zu sein! Oh! 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 Naja... Haha... War lustig, das Abenteuer. Ja, schon ein bisschen, ja. Und jetzt, wohin? Warte, ich musste niesen. Ja, könnten wir eigentlich. Du gehst fort. Ich guck mal eben. Geht man am besten lang? Ja, einfach links hoch, würde ich sagen. Aber mein Inventar quillt über Assault und ich muss mal gucken, warum ich erhöhte Belastung habe. Ja komm, wir reisen sonst mal zurück. Erhöhte Belastung, Belastung um 3 erhöht, aber warum? Was meinst du? Meinst du? Ich hab bei mir Status Effekte, steht da erhöhte Belastung, Belastung um 3 erhöht. Ich weiß aber nicht warum. Keine Ahnung. Steht da nirgendwo. Vielleicht ein wenig kalt oder so, keine Ahnung. Was meinst du, mal zurückreisen? Meinst du, mal zurückreisen? Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Okay. Du saugst vor lang. Ich würde... Ja, warte mal. Einfach Spell geradeaus. Vielleicht finden wir hier noch auf der Rückreise was cooles. Oder nochmal die Geister und die See. Ja, ich würde gerade sagen, wir wollten am See nochmal vorbei. Da kommen wir eigentlich lang. Ja, das ist gar keine so dobe Idee. Dann gehen wir am Dings vorbei. Dann müssen wir aber einmal quer durch den Sumpt, wo die Geister waren. Weisst du welche ich meine? Diese Geisterkrieger mit den Schwertern. Dann müssen wir da jetzt einmal direkt durch. Wo bist du? Ich bin ja so ein Felsspalt runtergesprungen. Hinter dir. Ach da. Direkt hinter dir. Was ich aber sagen muss. Das Geräusch ist voll schön. Es ist so... Wie man echt im Schnee herumtraben. Oder im Arenen würde. Ja. Halt so richtiger Schnee. Nicht so flotsch. So... Ich mag Schnee. Ich würde sofort tauschen. Gegen das Scheisswetter, was wir jetzt hier haben. Strahlen nach Sonnenschein und Buenos Aires. So Schnee wie hier mag ich auch. Ja genau. Ja so ekligen Schneeregen. So einen Schnee matt. Muss ich jetzt auch nicht haben. Aber so einen richtigen Schnee... Ich fahre dabei. Wamp Portion. Ich fahre dabei. Ich fahre dabei. Ich fahre dabei. Was bin ich denn. Was bin ich mal mit mir? Ich fahre dabei, ich fahre dabei. Ich fahre dabei. Ich fahre dabei. Ich bin gegen die anderen Köln, da sind es erst in anderen Linien. Das ist praktisch. Ich weiß sie, ich habe eh keinen Platz. Ja, weiß ich auch nicht. Noch mal einer. Ich habe dich irgendwie voll aus den Augen Köln unterhalb von uns am See. Ja, ich bin gerade am Kampf, ich auch sterbe nicht so lange. Hab ihn. Es ist einfach voll dichter Wald, aber ich mag es. Ich mag die Landschaft hier. Ja, ich auch. Ich bin am See. Ja, Mammut. Du greifst mich jetzt ein Mammut an. Ich jetzt auch. Ja, du. Ähm, hinter dir. Wir waren eben aber noch nicht da, irgendwo wo es ein Mammut hat. Ja. 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 Der hat mich halt übelst Damage gemacht, LAL auf den Tor. Ich merke, wir brauchen unbedingt Stufe 60 mit guter Rüstung. Wir haben halt nur so mittelmässige Rüste. Ok, also die ganzen Geister sind wieder da. Da ist die Kiste. Ja toll, Pfeile und 50 Holz. Am Arsch. Na gut, dann gehen wir zurück. Ich gehe lang geradeaus. Ich bin erstmal froh, wie durch die neue Rüstung ist kalt. Ja. Oder halt schon kalt, aber keine Erfrierungen. Keine Erfrierungen. Einfach laufen. Das ist halt echt ätzend oder echt nervig, dass das Spiel bis zu Level 60 geht. Dadurch, dass ich alleine die zwei Nächte da ein bisschen vor mich hingefahren habe, bin ich ja jetzt schon Stufe 60. Das ist halt echt schade, dass es halt nicht weitergeht. Auf dem WC gibt es momentan eine Mod, das du auf 75 hoch kannst. Aber... Oh, Geist. Ich glaube, die führen dich zum See, oder? Das Pferd und die Leute. Ich habe den Geist verloren. Ich glaube, die führen sich zum See. Ich habe den Geist verloren. Oh, echt. Lauf. Am Arsch haben wir ja. Es ist alles weicher. Ich verwiske ihn. Und das ist wirklich egal. Du bist viel spannender. Und wieviel ich jetzt endlich mal von mir abgelassen? Ja. Toll, zwei Wälder. Echt jetzt. Guck mal im steifer Karte, ob ich was lohnenswertes sehe, dass wir vielleicht noch einen Zwischenstopp machen können. Ja, naja, direkt geradezu wäre halt... Wieso Geisterkram? Okay. Auch ein Stück links von uns ist so ne Lichtung. Lass uns mal ein bisschen weiter links gehen. Vielleicht ist auf der Lichtung noch irgendwas. Da! Ja, das ist aber nicht die Lichtung, ich meinte, dann müssten wir eigentlich noch weiter links. Aber ist jetzt egal. Du musst ja höllisch aufpassen, Sedo, weil wie gesagt, da unten an dem Wasser waren halt die Spiritgeister. Aber ich geh mal hier rein. Ja. Äh, hinter uns ist ein Bogenschütze gespawnt. Ne? Warte, was ist denn? Oder er ist natürlich wie nur auf mich abgesichert. Das ist nur für ein Assi. Boah, die Bugs sind langsam schon ein bisschen nervig, dass plötzlich Leute... Alter, das Dorf sieht bei mir leer aus. Ne, hier vorne steht bei mir ein und an. Ja, bei mir jetzt auch. Ja, von vorne am Anfang nicht. Was wir vielleicht auch machen könnten, wenn wir jetzt zurück in unser Camp kommen, können wir überlegen, ob wir entweder nochmal hoch in den Norden gehen, also wieder zum Vulkan, das was ja eigentlich vor Ort ist, wo ich dafür bin, aber ich würde einen anderen Weg gehen. Also, beziehungsweise, ich würde vorher nochmal einen Umweg machen. Und zwar würde ich vielleicht einen Umweg über den Walddrachen machen. Okay, können wir da jetzt machen. Ja. Mehr als sterben können wir eigentlich nicht. Boah, das sind scheisse Viecher. Äh... Äh... Ich springe, ich bin tot. Ich kann hier nirgendwo ne Spreng-Vase hinstellen, warum nicht? Weil ich denn jetzt eigentlich so ne Spreng-Vase vor die Füße stellen. Das lag, ich hab Standbild. Ich bin da spawnen. Junge, wie das lag da. Junge, wie bei uns schönes Wetter ist in letzter Woche. Ich bin da gleich noch nie. Ja, das lag jetzt bei uns. Ähm... ...Blaulach, bin schon wieder tot. Ich konnte nicht mal was machen. Ich gehe auch gleich drauf. Ja, und jetzt habe ich auch noch so ein Geisterskelett hinter mir, was direkt vor mir gespawnt ist, einfach. Wo ist dahin? Oh, direkt vor dem Eimer. Kannst du mich nicht verfehlen, wenn er... Ja komm, wir rennen weg. Ja komm, wir rennen weg. Okay. Wie die Pussis, oder? Es passt Berge so gar nicht, aber wegrennen ist überhaupt nicht mal. Ja, eigentlich auch nicht, aber was wirst du machen? Das sind scheiße viele. Und wir haben doch einfach noch nicht die Ausrüstung dazu. Okay. So, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Okay. Ja, das ist ein einsames Ding. Häuschen. Okay. 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 Wir sind frei. Ich weiß nicht, wie viel helfen kann ich dir geben, Stranger. Ich kann sogar nicht sagen, dass ich meine Kinsmann zu verabschieden. Ich fühle mich, dass ich hier muss. Die Gott-Liveren Idioten in dieser Klan sind noch meine Kins. Es gibt natürlich die Wälder. Es ist eine gewöhnliche Kampf, um meine Gesundheit zu retten. Ich komme zum Norden mit der Kampagne. Ich habe auch in den Westen gebracht. Mhm. Hm. Ach, die Geister sind unholde. Was sind das hier für rote Pflanzen? Da hinten wäre auch noch etwas häuschenmäßiges. Kamin-Lotus? Hast du schon mal irgendwas von einem Kamin-Lotus gelesen? Nein. Ja. Wo bist du momentan? Komm mal zu mir. Ich bin noch bei dem Typen hier. Ich weiß nicht, wo du lang gehauen bist. Ich sehe auf der Maul. Ja, auf der Maul. Ach, da. Schau mal bei mir gerade aus. Das ist ein Haufen Eisen. Ja, ja. Also leicht in die Richtung müssen wir auch. Lass uns doch mal hinkommen. Ist da ein Haus? Ja. Hier ist ein Geist. Aha. Ja. Verwirr. Verwirr. Dann gehe ich zum Interagieren. Was denn? Ich gehe mal unbewaffnet irgendwo da hinten. Ich glaube hier kann man irgendwo sicher sein. Ja, hier bei mir. Oh, ist die Richtung. Hier ist es dann dort. Dankeschön. Hier ist so ein Unhaltgeist. Wow. Der greift mich nicht an. Ich meine er greift mich an. Der greift mich nicht an. Nee, er schaut mich nicht an. Das ist eine Kiste. Jetzt so. Ich wollte da in die Kiste runter, dann greift er mich an. Boah, sie will Schaden machen, ey. Ja, loote doch erst die Kiste. Das ist okay. Das ist okay. Ich bin fast tot. Der hat nichts bei. Der hat auch nichts bei. Okay. So, aber ich sage mal bevor wir weiter gehen. Das ist eine Kiste, was vernünftiges geworden? Ein Kletterstiefel. Und ein bisschen brauner Haar. Aber ich sage jetzt mal bevor wir weiter gehen. Ähm. Mach ich mal. Okay, wir machen den Kampf erst. Okay, wir machen den Kampf erst. Oh. Ich muss ein bisschen denken. Ich heil vielleicht noch zwei Schläge aus als was. Die sind irgendwie festgepackt. Ich heil mich. Ich heil mich mal. Ich greife mich gar nicht an. LOL. Kann bei denen einfach vorbeilaufen. Man merkt auf jeden Fall. Also bei Conan muss auf jeden Fall noch echt wahnsinnig viel Arbeit investiert werden. Wow. Das ist halt doch noch mega buggy. Ah. Ich bin vorne dran. Ich werde angegriffen. Ja, dann stell dich irgendwo safe hin und dann. Safe hin? Ja. Keine Ahnung. Warte mal. Komm mal. Wo ist denn wir jetzt hin? Aufs Haus. Aufs Haus. Komm mal runter. Geht sowieso ein bisschen den Berg hoch. Nein, jetzt sind sie hinter mir her. Da. Siehst du mich? Ja. Komm mal runter. Siehst du mich? Ja. Warte, dann machen wir das jetzt vor dem Ende. So. Ja, dann. Ja, also. Für das Gebiet sind wir noch ein bisschen under-equipped. Ja. Sag mal. Bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschö. Tschö.